Alice, maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just... need a little more time. Alice, what you need is help. I could have managed. Alice, I can't do this anymore. Warum erkennt man ihr Gesicht nicht? Sensiert? Ich will nicht erkannt werden in deiner Erinnerung. Jesus Christ, Alice. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. Oh, hi Alice. Get over yourself, Alice. Be a man for once. Oh yeah, there it is. There it is. Sie möchte einfach nicht in deiner Erinnerung erkannt werden. I hope you can figure it out, Alice. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but... I just can't be around you anymore. Go ahead, get out. Leave me the fuck alone. Come on, dear man. Ja. Alice, du hast mein Telefon. Du, äh, willst du mich sehen, Sir? Besser, ja. Ich möchte dich an jemanden introduceieren. Bullitt, meet deinen neuen Partner. Er hat ein bisschen durch, wie du. Was? Sir, ich kann. Oh, du hast etwas anderes, das gerade geht? Ich hab den Herrn von dem Sheriff bekommen. Ja, Sir. Yes, Sir. Mal selber mal Polizist. Aber der Sheriff wollte auch nicht erkannt werden, mit der Erinnerung. Faschenlampe. Mithilfe der roten Videokassetten kannst du die Realität manipulieren. Okay, achte auf deine Umgebung sowie auf Objekte in deiner Nähe und im Video. Spule ein Video vor oder zurück und pausiere Schlüsselmomente, um den Status und die Position zu ändern. Versuche, den richtigen Moment zu finden, passiere dann das Video. Ah, ah, ist zurück. Okay. 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 Das ist der richtige Moment. Okay. 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 Ich würde mich eigentlich noch etwas umschauen. Und dann los. Es passiert jetzt gleich irgendwas. Das weiß ich jetzt schon. Wir laufen jetzt auf dem Frühjahr zurück. Olga. Okay, die Dinger machen dem Hund also Angst. Gut zu wissen. Okay. Still on track, buddy? Good boy. I'm right behind you. Hm. They should pick up. Might be important. Mm. Okay, go ahead. Go ahead. God damn it, Alice. I've been trying to reach you for hours. First the kid and now you. It's the only thing I do is to chase after whoever walks into this god damn forest. Where the hell are you? We went down a ravine and headed north, up to an old campsite. Wait, what? We went through that area. We didn't find any campsite. Well, you didn't find Peter's cap either. Listen, we're still on the trail. We'll keep moving north. For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero. Just sit your ass down until we find you. Emmett, just find the campsite and head north. I'll look for a landmark, something to point you in the right direction. Ellis. I'll keep you posted. Over and out. Wenigstens geht der Hund langsam, wenn ich mit jemandem rede. Ah, meinst du, das Halsband im Dunkeln. Das ist gut. Was ist das, Junge? Was ist falsch? Ich will, das ist ein Ding. Ah, fuck. Das war denn eine richtige Sammlung. Hello. Hm? Was? Ich will, das ist fertig. Was? Hm? Was zum... Hm? Äh... Oah! Warte, du kriegst es mal fein gemacht. Hier ist super, fein. So, und du? Du bist auf jeden Fall mal bei mir. Bewegen sich die Wurzeln. Du kriegst dich schon wieder zur Sonne aus. Du kriegst dich, Alice. Es ist nur ein Baum. Komm schon, Bullitt. Alice, die Base. Emmett, ich wollte nur sagen... Ich weiß, dass ich mich verletzt habe. Und ich bin sorry. Ich habe schon gesagt, Alice. Was getan ist getan. Kein Problem in der Vergangenheit in der Vergangenheit. Du hast den Kindergarten gefunden. Du bist noch in einem Stück. Und hey, zumindest haben wir noch einen Radio-Kontakt. Alles in allem. Es wäre viel schlimmer gewesen. Ja. Ja, du bist richtig. Danke, Emmett. Über und aus. Ist das ein Minen-Eingang? Oder sowas ähnliches? Ähm... Tiffy? Wo willst du hin? Äh, das ist gut. Ah. Nichts, was ich in der Mitte des Waldes erwartet hätte. Und dann wieder. Ich würde auch nicht erwarten, dass ein Konkret auch nicht erwartet hätte. Ein Kandysrapper? Wirklich? Komm schon, Bullitt. Geh auf. Mal sehen, ob du etwas anderes findest. Guck! Ja, ela fahren hier. Okay, es wird an der richtigen Stelle stoppen, ne? Okay, es wird an der richtigen Stelle geben. Das ist jetzt später der Hund. Da ist er. Hallo. Okay. Das ist mir gekommen. Dann gehen wir mal zurück zu dem Mineneingang oder whatever das war. Ich glaube, es ist keine Ahnung, ob wir richtig laufen. Ah doch. Kann ich jetzt die Videokamera Video ansehen? Okay. Okay. ... Was? Wie... ...wait, ein Tape? ... in den Mitte der Wurz? Ja, die Tape macht alles aussehen, Oh, nee. Ähm, ich würde dann... Nimm den neuesten Feuer, komm. Du hast gerade irgendwie stoned. Oh, hey, go get it. Oh, hey, go get it. Hm. Ich habe doch gerade was gesehen. Hm. Ja. Hm. Du sicher, das ist der richtige Weg, buddy? Oh. Oh. Oh, schon wieder. Oh. Oh, schon wieder. Oh. Oh. Come here, boy. Here, buddy. Was zum... Holy Crap. Uh. Ok, also mich hat es jetzt schon gerissen. Obwohl ich gewusst habe, dass da irgendwas passiert, so wie das gezittert hat. Achte auf Bundesverhalten. Seine Heulen warnt ich vor Gefahren, die in der Dunkelheit lauern. Bleib während eines Kampfes immer in seiner Nähe. Er hilft dir, gegen zu bekämpfen. Doch alleine ist der verwundbar. Das denke ich mir. Blaue Kassette. Ok. Licht hält, was auch immer das ist, fern. Gut zu wissen. Wofi? Wofi. Also. Wofi. 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 Hey, da kommen von hinten. Und die? Ähm, alles gut, müssen nicht gleich durchdrehen. Das Licht. Ähm, komm mal her, her. Was ist das, Junge? Das Licht. Das Licht. Die haben wir doch schon. Hmm. Oh Gott, dem Hund hinterher renn. Ja, ist ja gut. Du bräuchtest theoretisch eine Lampe, damit man sich leuchten sieht. Wenn der nicht so weit vor rennen würde, wäre das bedeutend einfacher, hier zu folgen. Und bei dem ganzen Gestrüpp hier. Äh. Und, wir rennen im Kreis. Schau mal hier. Jetzt, äh. Bleibst erst mal bei mir. Ich hab das Gefühl, dass hier irgendwas ist. Oh. Stimmt. Ähm. Ähm. Beat you, Ensign. Ähm. 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 Kann ich mit dem Ding fahren? Kann ich mit dem Ding fahren? Ähm. Ähm. Ich bin ein bisschen hier mit dem Ding. Ja, ich sehe sie hier. Ich kann es nach unten kommen. Ich kann es dort in ein paar Minuten gehen. Ich bin wo du bist, okay? Okay. Ich werde es hier sein. Let's go back for it.